Wie weit wird's gehen? Wo werden wir stehen? Sind wir nur noch Knechte oder der Souverän? Ein Leben in Freiheit, in Liebe und Stolz, mit Menschen geschnitzt aus dem richtigen Holz. Doch der Weg dahin scheint... Jeden Montag, 19 Uhr auf dem Ring, selbstdenkende Menschen, friedlich und kraftvoll. Und wir wollen kein Hass und Hetze in diesem Land und keine Spaltung. Und wer da was sieht, was ihm in diesem Land nicht gefällt, der ist gern gesehen. Habt Mut und kommt mit! Sie nehmen uns unsere Identität, wenn wir nicht bei Darm stehen, dann ist es zu spät. Aber gut, gut, gut! Angebliche Seuche und Gendernöhe. Klimaschwindel und die Masse hält still, die alten vereinsamt, Kinderseelen zerstört. Zu viel Sturm und Schreie, wie niemand hier wird. Registration, bequem und indoktriniert. Schreie ist mir alle, was mit dir noch passiert. Wir sind nicht alle, es will uns die Besonderung. Ihr seid doch hot, er! Was sind die, hot, er! Was seid ihr? Was seid ihr? Hoppe, hot, er! Wo ist die Woche? Ich wollte nicht mit deinem Tier. Ja, ich wollte nicht mit deinem Tier. Können Sie mal nachfragen. Ich bin nicht zu viel. Und das ist nicht, dass wir nicht. Survival, Sachsen-Steven. Möchtest du nicht mal die drei Jungen da vorne mit ins Wals? Und den Ministerin zerstören? Was ist jetzt hier? Links oder rechts? Gestritzt oder nicht? Schließt mir die Spaltung, zeigt endlich Gesicht. Hier ist ein Schammerhof. Hier ist die Schammerkammer. Das ist eine Unternehmungspflege. zwischen den Schammerkern und Rundern. Die Schammerkern, die Stadt, nur eine exemplarische Geburtstelle, bringen sich in der Nähe das Schlag. Denk dich mal nicht so oft jetzt hier. Die Energie kannst du dir sparen.